Hallo Annette, freut mich dich hier im Video zu haben bei Freifam. Willkommen. Hallo Sandro, ja danke, auch herzlich willkommen. Schön, dass es klappt. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Ich habe deinen Fall immer wieder mir angeschaut. Du hast ja auch auf YouTube Videos gemacht, da kommen wir sicher nachher auch zum Sprechen drauf. Du lebst ja in München. Derzeit ja. Und erzähl doch mal bitte, was du mit Jugendämtern, Familiengerichten erlebt hast. Einfach mal am Anfang so in Kurzform, damit wir einen Überblick haben und dann können wir ja danach so auf einzelne Punkte eingehen. Ja, okay. Ich versuche mal die kurze Form. Also angefangen hat alles, dass ich zum Jugendamt gegangen bin, weil ich Hilfe brauche. Wegen häuslicher Gewalt des Vaters. Und ich habe keine Hilfe bekommen. Stattdessen ganz was anderes. Stattdessen haben sie mir mein Kind weggenommen. Das ist jetzt im Kurzform. Okay, vielleicht zwischendrin ein bisschen länger. Also das Schema haben wir ja schon mal auch in anderen Videos gehört, dass eben bisher waren es Mütter zum Jugendamt gehen, Hilfe suchen. Und dann geschieht da irgendwie was Unerwartetes und am Schluss ist das Kind oder die Kinder weg. Da können Sie da den Zwischenteil auch noch in Kurzform erzählen. Okay, da sind halt so viele Sachen passiert. Das kann sich kein Mensch einfach vorstellen. Das ist außerhalb jeglichen Fassungs- und Vorstellungsvermögen. Weil ich war ja auch in meinem Buch verantwortlich sozusagen. Da käme ja kein Mensch drauf. Ich habe halt dann gegoogelt, wo kriege ich Hilfe. Dann erscheint natürlich, und natürlich als erstes fällt mir natürlich ein Gutamt ein. Und dann steht da eben Fokus und Breit, Schutz der Familie. Und wenn Sie Hilfe brauchen, eben kommen Sie zu uns. Wir helfen Ihnen. Auch bei häuslicher Gewalt eben oder was eben passiert. Sie können sich vertrauensvoll an uns rennen. Habe ich dann auch getan. Ja, jedoch hat dieser Dame da beim Amt wohl irgendwas nicht gepasst an ihm. Und das hat etwas in ihr ausgelöst. Und seitdem hat sie mich, ich würde mal sagen, gerett verfolgt. Also geholfen hat mir niemand mit dem Vater. Ich habe da keine Hilfe bekommen. Und die Frau hat mich eben gefragt, ich hatte mein Kind auch dabei. Damals war sie ja klein. Das war 2015. Und dann hat sie mich gefragt, wie ich mir die Zukunft meines Kinds vorstelle. Dann habe ich ihr das erklärt. Das war ich begeistert natürlich. Weil ich begeisterte Mama bin von freiem Lernen. Und das hat ihr dann gar nicht gefallen. Als ich ihr die Zukunft meines Kindes in sehr ausführlichen Bildern geschildert habe. Wie ich mir das vorstelle. Ich meine, sie hat mich ja auch gefragt, wieso soll ich denn irgendwas vom Pferd erzählen. Ich habe einfach die Wahrheit gesagt. Und dann habe ich plötzlich dann noch eine Einladung bekommen. Ich sollte dann als nächstes nochmal kommen, mit einer Psychologin zusammenzusitzen. Und ich habe gefragt, ja, wieso? Sie wollten mir doch helfen. Was geht es denn hier jetzt? Was machen wir denn jetzt mit dem Vater? Das hat nicht funktioniert. Es gab mal Treffen mit dem Vater zusammen dort. Aber da ist er erst mal nicht erschienen. Und dann ging das irgendwie nicht weiter. Und das war es. Stattdessen habe ich noch eine Einladung bekommen. Ich sollte nochmal kommen. Und ich fragte halt, wieso? Und sie meinte, ja. Sie wollte eben, dass sie sich mal von einer Psychologin angeschaut werden. Dass die eben dabei ist und mit mir spricht. Sie konnte mir aber nicht sagen, wieso oder weshalb. Das habe ich natürlich gemacht, weil wieso sollte ich es nicht machen? Ich meine, es gab keinen Grund für mich nicht hinzugehen. Sag ich, ja gut. Okay. Komm natürlich. Wenn sie irgendwas erfahren wollen, dann erzähle ich das. Das hat auch stattgefunden. Und das Gespräch ist wohl nicht so verlaufen, wie die Frau vom Amt das so wollte. Das hat ihr nicht gepasst. Das war damals die Frau Sophia Pfund. Sie war damals noch im Amt. Und war die erste Ansprechpartnerin von mir. Und das Gespräch ist nicht so ausgegangen, wie sie sich das gedacht hat. Weil die Psychologin hat sich auch angehört, was ich eben zu sagen hatte. Und wie ich mein Leben, sie wollte wissen, wie mein Leben verlief. Und ob ihr das dann geschildert. Wie es bis heute verlaufen ist. Und wie es mit dem Kind läuft. Und dann habe ich ihr über freies Lernen erzählt und berichtet. Und begeistert berichtet. Wie ich das herstelle, wie das funktioniert. Und warum ich das mache. Ja, und die Frau, die Psychologin, damals war sehr begeistert. Also sie hat gesagt, ja. Weil die Frau Pfund hatte dann gefragt, ja und wie sehen Sie jetzt die Frau Fischer oder was sagen Sie dazu. Und dann hat sie gesagt, ja. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut reflektiert war. Und der so seine Sachen aufgearbeitet hat, seine Kindheit. Ja, sie hat gesagt, sehr gut. Und sie findet, dass ich, ja, alles okay ist. Und dann war die Frau Pfund sehr baff. Und da konnte sie irgendwie natürlich nichts mehr sagen. Das war ersichtlich, dass sie damit nicht gerechnet hat. Ja, und dann bin ich halt. Da habe ich gesagt, gibt es jetzt noch irgendwas zu besprechen? Oder, warum will ich jetzt gehen? So, die, nö. Die Psychologin hat gesagt, alles okay. Wunderbar. Ist alles okay. Ihr Kind braucht alles gut. Sie machen das prima. Weiter so. Und die Frau Pfund hat nichts mehr gesagt. Und dann bin ich reingegangen. Und habe darauf gewartet, dass irgendwie es weitergeht mit der Hilfe. Und auf keinen Sinn. Und dann wurde ja meine Tochter älter. Ich habe ja dann auch für das freie Lernen sehr viele YouTube-Videos gemacht, weil ich einfach so begeisterte Freiländer-Motor bin. Und dann gesehen habe, wie toll das funktioniert. Und dachte, das würde ich jetzt einfach vielen Eltern zeigen, dass das eine tolle Sache ist, falls sie auch irgendwie sowas machen möchten oder offen sind oder wie immer auch. Und dann plötzlich kamen wieder Briefe vom Jugendamt. Ich sollte doch nicht melden, wenn ich Hilfe bräuchte. In Zukunft oder mit meinem Kind oder wenn das mit dem Lernen jetzt irgendwie nicht klappen würde. Und dann habe ich geantwortet. Der Frau Pfund damals noch, danke, vielen Dank. Ja, ich melde mich, wenn ich Hilfe brauche oder bräuchte in der Hinsicht. Jetzt ist alles okay. Ich hätte ja Hilfe von dem Vater gebraucht. Ja, gut, da kam dann nichts mehr. Und dann hat das so seine Kreise gezogen. Ich war dann natürlich in der Öffentlichkeit. Ich halte viele Vorträge darüber. Und so sind auch viele Menschen auf mich aufmerksam geworden. Auch in der Schule. Es kam dann eben dazu, dass es ist okay, jetzt muss dann das Kind angeschaut werden vom Arzt, ob es schulfähig ist und so. Habe ich alles gemacht. Ja klar, ich war ja noch in Deutsch. Es wurde Schulfähigkeit bescheinigt vom Arzt, vom Schulamt. Dann bin ich eben in die Schulen gegangen, um mich zu informieren. Was ist denn jetzt hier alles möglich? Habe dann auch gefragt nach Möglichkeiten oder wie funktioniert das mit dem freien Lernen, wenn ich jetzt hier in Deutschland so konzipiell zu was sage. Dann bin ich auf Menschen gestoßen, Direktoren gestoßen und Direktorinnen, die mich nur angeguckt haben und gar nicht wusste, was ich spreche. Und sie sagten, ja, sie müssten sich auch selbst informieren. Und ich sagten, ja, tun Sie das doch bitte und nehmen Sie einen Kontakt mit mir auf. Ich freue mich, wenn ich darüber mehr Erfahrung umsuche. Wie funktioniert das in Deutschland oder wo muss ich hin oder kann ich überhaupt hierbleiben? Die wussten gar nicht Bescheid. Die wussten auch gar nicht, von was ich spreche. Es hat sich auch nie einer mehr gemeldet. Und dann kam die Zeit, wo die Einschränkung kam. Dann kriegen wir ja so einen Brief. Ihr Kind wird es demnächst eingeschult. Ein bisschen vorher oder so. Und ich habe dann zurückgeschrieben, der Direktorin hier in der Sprungerschule, vielen Dank für die Einladung. Mein Kind kommt nicht in die Schule, weil wir Freilander sind und wir dann nicht in Deutschland sind. Habe ich alles erklärt. Und falls sie noch Fragen hätte, könntest du mir schreiben. Und natürlich in jeder Zeit stehe ich zur Verfügung, ich kann auch kommen. Oder ich gebe Sie mir doch einfach bitte einen persönlichen Termin. Dann können wir uns auch ganz persönlich besprechen. Dann kam keine Antwort. Und dann dachte ich natürlich, okay, soweit ist alles geklärt. Dann 15. September, Einschulung. Meine Tochter war natürlich nicht bei der Einschulung. Ich hatte es ja auch schon angekündigt. Und am 15. September, direkt gleich am Nachmittag, kam ein sehr bitterböser Brief von der Direktorin der Sprengerschule, die Frau Bogdan, dass sie bewusst darüber ist, dass das Kind jetzt nicht gekommen wäre, obwohl es in die Schule muss. Und hat mir gleich gedrückt mit dem Brief. Ich habe zurückgeschrieben, das ist mir, glaube ich, ein Missverständnis. Ich hatte Ihnen doch beschrieben, Sie haben sich nicht mehr gemeldet. Jetzt schicken Sie mir sowas, bitte rufen Sie mich an. Wir machen gerne sofort einen Termin aus. Es kam nichts. Am nächsten Tag, am 16. September, war dann das Gleiche wieder nur in verschärfter Form. Also sie hat nicht reagiert auf meine Schreiben oder irgendwas, bis ich in Kontakt bin. Und hat dann noch drastischer geschrieben. Das Kind war den zweiten Tag nicht in der Schule, sie sind so zu der Schule verpflichtet. Jetzt gehe ich zur Polizei und so. Und mein Kind war ja da schon abgemeldet. Und es war ganz offensichtlich, dass das so irgendwie irgendwo schiefgelaufen ist in der Kommunikationsfläche. Und ich habe gesagt, ja, was wollen Sie denn jetzt von mir? Ich habe doch alles da gelebt. Und plötzlich hat das angefangen, weite Kreise zu ziehen. Und Frau Gofflein hat sich ans Jugendamt gewandt. Dort war ich ja schon sichtbar, sozusagen. Dadurch, dass die Frau Gofflein ja schon gesagt hat, ich bin ja schon so irgendwie ein Fall. Entscheint war ich schon ein Fall. Weil ich ja damals aufgefallen bin. Und... Ja, plötzlich, wir waren nicht da. Für mich war das irgendwie klar. Ich habe dann auch alles ans Schulamt geschickt. Alles. Die ganzen Abmeldungen aus Deutschland. Alles. Und dann kam nichts mehr. Und ich dachte, okay. Gut, dann passt es ja wohl so, wenn nichts kommt. Und... Wie ging es dann weiter? Dadurch, dass natürlich keiner da war. Ich habe einfach die Wohnung behalten. Aber das ist ja okay. Ich habe mich extra bei Einwohner meldern über alles gründlich informiert. Ich habe kein Gesetz gebrochen. Wie geht es mit einer Wohnung haben in Deutschland? Du kannst überall Wohnungen haben. Du musst da nicht unbedingt zwingend drin leben. Und wir dürfen uns hier in Deutschland drei Monate aufhalten, wenn wir nirgendwo anders gemeldet sind. Auf der Welt. Und das waren wir. Das heißt, wir konnten immer hierher uns drei Monate aufhalten. Und dann mussten wir wieder weg, sozusagen. Das war die Möglichkeit. Und die habe ich auch so genutzt. Und als ich mal hier war, habe ich dann eben zufällig auch wieder zufällig mitbekommen, dass die Polizei von meiner Tür stand. Wüst geklingelt hat und die wollten hier einbrechen. Und ich höre die Tür auf und denke, was für sind Sie? Was wollen Sie hier? Wollen Sie bei mir einbrechen? Hallo? Also das waren Zivilpolizisten. Und das waren spezielle Polizisten, die etwas, wie heißen Sie, für die Jugendlichen. Das sind spezielle Leute, die dafür eingesetzt werden. Und okay, wir haben sich ausgewiesen. Es waren zwei, ein Mann und eine Frau, die hatten von der Polizeidienststelle in der Nähe. Ich habe gesagt, um was geht es hier? Und dann haben sie mir gesagt, ja, die Schule hätte bei der Polizei angerufen und gesagt, die Frau Bocklein würde sich Sorgen machen, weil sie nicht weiß, wo das Kind ist. Und ich sage, das verstehe ich jetzt alles nicht. Wieso soll sie sich Sorgen machen? Die weiß doch Bescheid. Und dann dachte ich natürlich, die Polizisten wissen auch Bescheid. Sie kennen die Geschichte natürlich, dachte ich, aber der war auch nicht so. Dann habe ich gesagt, okay, dann wollen wir uns mal unterhalten, oder? Wenn Sie nicht die Geschichte kennen, dann muss ich sie ja auch klären, wie sich das verhält. Jetzt, ja bitte, wir sollen nur herkommen, weil irgendjemand glaubt, diese Frau Direktorin dem Kind würde schlecht tun. Dann müssen Sie, sind Sie gezwungen, nachzuschauen. Und dann habe ich die ganze Geschichte erklärt. Und dann haben sie gesagt, ja, das hört sich ja ganz gut an. Also es ist sehr vernünftig, sie haben keinen Fehler gemacht, sie haben kein Gesetz gebrochen. Dann ist das gut so. Und sie haben sich auch umgeguckt. Die Wohnung war okay. Ich bin jetzt am Gesehensten. Ich bin jetzt nicht irgendeiner Sucht verfallen, oder was weiß ich. Und sie hat gesagt, nee, das ist alles gut. Das Kind haben Sie auch nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, bitte, wie geht es denn jetzt weiter? Weil das ist mir alles komisch hier. Wie muss ich mich verhalten? Bitte helfen Sie mir. Ich habe wieder um Hilfe gefragt. Ich stehe das auch alles mit. Dann hat er dann seine Karte gegeben. Und er hat gesagt, okay, Sie können sich jederzeit an uns wenden. Und am besten empfehlen wir Ihnen jetzt, Sie gehen jetzt sofort zu dieser Frau Gorkner in die Schule und klären das. Und wir geben das auch weiter, dass alles okay ist. Dann sage ich, prima, mach ich. Ich gehe jetzt sofort hin. Ja, genau. Jetzt sind Sie da, jetzt können Sie das klären. Und es ist sofort gemacht. Also es ist sofort die Tür zugemacht. Zur Schule. Die ist hier bei mir gleich um die Ecke. Und sie war tatsächlich da. Also ich war sehr froh. Weil, ah, jetzt weiß ich mal, wer ist das? Und super, dann können wir das endlich mal besprechen. Kommunikation ist da. Alles gut. Sie kann es erklären. Sie kann es sich erklären. Dann können Schüler behoben werden. Ja, sie war super überrascht. Und sie wusste sofort, wer ich bin. Und ich sage, ja, ich war, hallo Frau Doktor, sehr schön, dass wir uns jetzt kennenlernen. Können wir uns austauschen, die Kuliktreiber bei mir. Und was geht es denn jetzt hin? Und dann hat sie immer noch steif und fest behauptet, das Kind müsste in die Schule gehen. Ja, und ich war da und sagte, ja, hatten Sie meinen Brief nicht erhalten? Ich habe ihn doch mehrmals mit Ihnen kontaktiert. Sie haben sich ja nie gemeldet. Darauf ist nie eingegangen worden. Nicht ja oder nicht nein. Und dann ist sie stark und fest, hat sie darauf beharrt, dass das Kind in die Schule gehen muss. Und dann habe ich ihr nochmal die ganze Situation erklärt. Und irgendwie, ich habe es dreimal erklärt, dasselbe. Das ist irgendwie entscheidend nicht angekommen oder will nicht ankommen oder wird nicht angenommen. Ich muss davon ausgehen, dass ich es nicht hören wollte, weil ich spreche ja nicht generisch. Ich spreche sehr klar und deutlich und erzähle so, wie wirkt, was ist da passiert. Kann man sich weiterhelfen? Und dann hat sie irgendwann gemerkt, dass ich dabei bleibe, weil sie wollte mich davon überzeugen, dass es noch besser wäre für mein Kind. Und das kann ja nicht sein. Das Kind ist ja, das bleibt ja dumm. Das kann doch nicht lesen, schreiben, rechnen. Dann habe ich ihr nochmal erklärt, wie das funktioniert, weil sie hat anscheinend sich da nicht informiert drüber und auch keine Ahnung, dass es das gibt. Und für sie steht fest, nur Schule, sonst gibt es nichts, sonst bleibt das Kind einfach dumm. Und dem muss sie Abhilfe schaffen. Ja, und dann wurde sie etwas lauter und hat wieder mehr angefangen zu drohen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann war ich schon, okay, sie wollen nicht mit mir sprechen, tun sie, sie hören mir nicht zu, ich weiß nicht, was ihr Problem ist jetzt, letztendlich. Nun gibt es hier einfach keine richtige Kommunikation. Wie soll das weitergehen jetzt? Wie stellen sie sich das vor? Ja, nichts. Sie wird im Jugendamt gehen, sie wird es einfach alles tun, um dieses Kind in die Schule zu bringen. Wenn ich nicht dazu entstanden bin. Dann habe ich eingesehen, okay, ja. Da könnte ich jetzt noch Tage sitzen und sie würden mir wahrscheinlich immer noch das Gleiche sagen. Irgendwann bin ich gegangen. Außerdem war es mir einfach dann zu viel, mich dauernd bedrohen zu lassen. Von allen Ecken und Enden kam einfach nur Drohung. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, so beträgen wir keine Lösung hier. Und da habe ich gesagt, ich habe alles erklärt und gesagt, für mich ist das jetzt. Und so, wenn sie noch was brauchen, dann melden sie sich. Sie können jede Zeit mit mir sprechen, per E-Mail bin ich erreichbar. Sie haben auch eine Telefonnummer von mir, alles in Ordnung. Sie können auch gerne mein Kind sehen, alles, was sie brauchen, bin ich. Ich nehme an, du hast ihr in dem Gespräch gesagt, dass ihr in Deutschland nicht gemeldet seid und deshalb deine Tochter auch nicht unter die deutsche Schulpflicht fällt. Ja, genau. Hat sie dann ein Gegenargument gebracht? Also hat sie dann gesagt, warum sie dann doch unter die Schulpflicht fällt? Nein, es kamen keine Sachen. Es ist so, als ob ich es nicht gesagt hätte. Es ist auf gar nichts eingegangen. Sie hat immer nur das wiederholt, was sie gesagt hat. Sie hat anscheinend nicht wahrgenommen, dass sie sich auch was gesagt haben. Also sie sind in keinster Weise darauf eingegangen. Es gab keine verantwortliche Fragen in der Diskussion. Okay, und vielleicht kannst du es noch ein bisschen zusammenraffen, was dann danach passiert, wenn du vielleicht so die Eckpunkte, so die wichtigsten Daten uns erzählen könntest. Ja, danach wurde es dann sehr viel drastischer, das Ganze. Plötzlich schneiden mir x Bußgeldbescheide ins Haus. Die ich auch nur bekommen habe, weil ich sie mir nachschütteln habe lassen. Sonst kommst du, komm ich ja im Normalfall auch nicht da dran. Du beschäftigst ja jemanden, der vielleicht ab und zu mal den Briefkasten geht. Aber ich habe ja nicht damit gerechnet, dass solche Briefe kommen. Und schon hatte ich ganz viele Anträge auf Bußgeld von ihm. Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, direkt bei der Bußgeldstelle. Ich habe mich natürlich sofort angerufen. Ich rufe immer, auch überall an und schreibe gleich, um die Dinge zu klären. Und die Frau war eine Urlaubsvertretin, von der sie im Amt dort wirklich da sitzt. Gut, sie war zuständig, als ob ich mit ihr besprochen habe. Und die Frau Stütz war das damals, sie hat dann mir wirklich als Einzige und Erste, das muss ich sagen, zugebracht, sie hat tatsächlich gesagt, oh, das hört sich ja gar nicht so gut an, was ist denn da los? Und hat gesagt, legen Sie mir das bitte mal erklären alles. Und sie hat sich tatsächlich umzusammen zwei Stunden Zeit genommen. Ich habe hier alles bis ins kleinste Detail geklärt. Und sie hat dann gesagt, wow, das ist ja eine Geschichte. Also ich verstehe sie vollkommen. Und ja, das ist natürlich keine gute Sache. Und sie ist jetzt aber hier im Amt und sie braucht jetzt da, sie würde es gerne haben wollen, dass ich ihr das ans Aufschreibe. Das habe ich gemacht. Alles, was ich ihr gesagt habe, habe ich niedergeschrieben. Also hat sie dir Recht gegeben, dass dann deine Tochter nicht schulpflichtig ist? Oder hat sie dir einfach zugehört und war einfach wohlwollend? Ja, sie war wohlwollend. Sie hat zugehört und sie hat gesagt, sie kann mich voll verstehen, weil sie ist auch Mutter. Und sie ist auch allein jetzt. Und sie versteht das voll. Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass sie dir rechtlich zustimmt. Nein, das kann sie gar nicht. Sie hat gesagt, das ist nicht ihre Entscheidung sozusagen. Sie versteht mich aber voll. Und sie kommt mir vor, als ob ich kämpfe wie eine Löwin, hat sie gesagt. Okay, du hattest dann also mehrere Berührungspunkte mit Behörden. Die Polizei war schon mal da. Die Schule hat darauf bestanden, dass deine Tochter in die Schule geht. Und du hast, Entschuldigung, versucht klarzustellen, dass ihr nicht in Deutschland gemeldet seid und deine Tochter deshalb nicht in Deutschland zur Schule muss. Ja, ich habe ja auch alles schriftlich, ich habe auch alles niedergelegt. Sie hat dann gesagt, bitte schreiben Sie mir alles, was Sie mir gesagt haben, nieder, so gut wie es geht. Ihre Beweggründe, warum Sie das tun. Das habe ich gemacht, ich habe 30 Seiten geschrieben und habe dann zum Schluss geschrieben, okay, da ich jetzt in Deutschland keine Schule gefunden habe, werde ich jetzt wieder fahren, und zwar nach Österreich, dann später in die Schweiz und dann in den Sieg. Das war mein letzter Satz und das habe ich dann abgeschickt. Sie hat zu mir gesagt, der Rechtsweg, damit ich das richtig mache und mir keinen Fehler unterlaufen, muss so sein, da die Frau Bock dann von der Schule diesen Antrag gestellt hat, muss ich denen auch diese Stellungnahme zu ihr schicken und sie schickt es dann quasi zur Bußgeldstimmung. Heute weiß ich, dass das gar nicht stimmt. Das ist gar nicht richtig, richtig so. Das hat mir mein Rechtsanwalt damals dann gesagt. Das hätte ich nicht tun müssen, zu ihr schicken. Ich habe es zur Bußgeldstelle direkt geschickt zu der Frau, damit es auf jeden Fall ankommt. Und natürlich so, wie sie es mir gesagt hat, zu der Dame in der Schule. Und das war dann das Verhängnis. Heute sehe ich es, dass es genau das ausschlaggebende Moment war. Das war am 31.05.2017. Wie alt war deine Tochter da? Neun. Neun? Ja. Die hätte also schon drei Jahre lang in der Schule sein sollen. Ja. War sie aber nicht. Nein. Wir haben Schulen gesucht, aber nicht gefunden. Sie kamen nicht mit einem Freilehrerkind zurecht. Es war dann nicht so einfach, dass so ein Kind ist. So ein Kind lernt ja völlig anders. Wir haben das aber probiert. Wir wollten ja einfach zu Hause klar bleiben. Und wir hatten dann schon zwar eine Schule gefolgt, die Sudbury School. Aber die wurde dann, sie war auch schon angemeldet, genau 2017 hätte sie da gehen sollen. Und die wurde dann, ja, vom Bayerischen Staat verhindert. Die wurde wieder abgeschöpft. Sie waren ja zwei Jahre schon in der Probezeit am Ammersee. Und die zweite Schule sollte hier in München aufgemacht werden. Und das wäre eine sehr passende Schule. Und da war sie schon angemeldet. Und dann im September wurde ja auch diese Schule gecancelt. Also, da war es wieder nichts. Es muss wieder nichts untergehen. Wie ging es dann weiter? Ja. Du hast gesagt vom 31. Kinder. Genau. Am 31.05.2017 habe ich das abgeschickt. Am 6.06. Sechs Tage später am Geburtstag meiner Tochter. 6.06.2017 wurde mir das Sorgerecht entzut. Direkt von Familiengericht. Sechs Tage. Einfach so. Und du wurdest nicht angehört. Es war einstweilig, ohne Anhörung. Ohne mündliche Verhandlung. Was war die Begründung? Gefahr im Rücken. Das Kindeswohl ist gefährdet, weil ich das Kind der Schule vorenthalte. Das war der Hauptgrund. Und ist der Beschluss auf irgendwas eingegangen, was du ja da auch damals geschrieben hast, auf den 30 Seiten? Nein, gar nicht. Bis heute nicht. Dann waren die 30 Seiten vielleicht eher einfach so was von der Behörde, um dem Richter zu zeigen, diese Frau ist völlig uneinsichtig. Anscheinend. Und sie hat sich darauf gestützt, diese Frau Fund hat das eingereicht. Ich habe das direkt in einen Gericht zum Familiengericht geschrieben, in Besprechung auch mit dem Herrn Werner, mit dem Teamleiter des Jugendamtes München. Und es kam am 8.6. ein Anruf von der Frau Sopierkund, der sie eindeutig in der Stimmenlage war, der sehr, ich drückst es mal deutlich aus, gehässig war. Denn sie hat zu mir gesagt, sie ruft mich an und bin natürlich krank gegangen. Sie sagt, na, was sagen Sie jetzt, Frau Frischler? In dieser Stimmenlage sage ich, zu was soll ich was sagen? Ich wusste es nicht. Ja, Sie haben doch den Brief bekommen, sage ich, was für ein Brief. Ja, vom Gericht. Sag ich, was für ein Brief, was für ein Gericht, ich weiß gar nicht, um was es geht, ich bin doch nicht hier. Ja, wie, Sie sind nicht hier. Sie wussten doch, dass ich wieder frage. Ja, ja, können Sie mir bitte weiterhelfen? Um was geht es denn? Nein, ich spreche jetzt nicht mehr mit Ihnen. Ich bin auch nicht mehr Ihre Ansprechpartnerin. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Sie sind jetzt auf sich gestillt. Und Sie brauchen mich gar nicht mehr kontaktieren. Wiederum. Das war alles. Das war das letzte Gespräch. Und dann habe ich nach diesem Brief geforscht. Und da stand man. dass ich kein Sorgerecht mehr habe, kein Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und noch viel mehr Dinge, die ich nicht wusste, wie sie zustande kamen. Habt ihr das gesamte Sorgerecht entzogen? Oder nur den Teil, wie das Aufenthaltsbestimmungsrecht und dann der Teil wegen Schule? Ja, genau. Schule und Ausbildung. Das habe ich mir entzogen. Und auch ein Teil als Bestimmungsrecht. Und kurze Zeit darauf kam noch ein weiterer Beschluss des medizinisch-psychiatrischen Aufenthaltsbestimmungsrechtes. Also ihr wart aber nicht in Deutschland. Warum hat dann trotzdem ein deutsches Gericht dann so entschieden? Und auch nur wegen der Schulpflicht. Weil wenn doch deine Tochter im Ausland war, nicht in Deutschland. Und ich denke mal an, du hast ja gesagt, ihr wart in Österreich. Und in Österreich ist ja das Homeschooling als Freilerner ja eine Möglichkeit. In Österreich gibt es, so weiß ich weiß, nicht die Schulpflicht, aber die Lernpflicht wird ja da unterschieden. Und in Österreich hast du dich also rechtskonform verhalten. Und warst auch in Österreich gemeldet? Nein, noch nicht. Zwar ist die folgte ja Schlag auf Schlag alles. Also die wussten bei der Behörde, dass du nach Österreich willst und haben quasi kurz bevor du offiziell in Österreich gewesen wärst, durch die Anmeldung, haben die sozusagen einen Eilbeschluss gemacht, um deine Tochter dem deutschen Schulsystem zuzuführen. Ja. Und indem sie dir das ABR, also das Aufmerksamkeitsbestimmungsrecht entzogen haben, hättest du ja deine Tochter eigentlich nicht mehr in Österreich haben dürfen, wenn, wird es auf das Jugendamt übertragen, nehme ich an, das ABR. Oder auf den Vormund. Ja, es gibt ja dann eine Ergänzungspflegerin, die bestellt wird. Okay. Und die hätte dann bestimmen können, dass deine Tochter nach Deutschland muss? Die hat dann alle Rechte, die mir entzogen. Okay, das heißt, ab dem Punkt warst du quasi illegal mit deiner Tochter in Österreich. Wenn die gesagt hätten, die muss hier her, dann wäre das quasi eine Kindesentführung gewesen, weil du eben nicht über den Aufmerksamkeitsort deiner Tochter mehr bestimmen darfst, sondern diese Ergänzungspflegerin. Ja, nur ich war ja schon da. Also da kam es ja dann auch zu Konflikten. Wieso hat sich denn das, das war das Amtsgericht in München, nehme ich an. Ja. Warum haben die sich zuständig gefühlt? Mit welcher Begründung? Ja, die haben ja so getan, als ob mein ständiger Aufenthaltsort München war. die haben das, dass ich auf Reisenden oder das alles, was ist, haben die nicht akzeptiert, auf meine Abmeldung. Okay, im Gerichtsbeschluss stand drin, an der TF, wohnhaft in München und dann die Straße. Ja. Aha. Aber hast du da jemals irgendwie, du hast gesagt, du hast Sachen hingeschickt, hast du die so hingeschickt, dass du nachweisen konntest, die wussten davon, also per Fakt zum Beispiel oder per Einschreiben? Alles. Wir wussten alles, ich habe alles hingeschickt. Und weißt du heute im Nachhinein, ob das Gericht Recht hatte oder nicht? Also gibt es noch irgendwas Rechtliches, wo die zum Beispiel, wenn jetzt du und deine Tochter nirgends gemeldet seid, dass ihr dann automatisch, dass man euch behandelt, als wärt ihr in Deutschland gemeldet? Gibt es da ein Recht? Ja, also das Einwohner-Meldeamt hat mir da geholfen. Wir sind da sehr hilfreich. Und die haben mir das auch schriftlich gegeben, es gibt einen Paragraphen, der aussagt im Einwohner-Meldegesetz sozusagen, eben, dass ich, wenn ich nirgendwo gemeldet bin, einfach mich in Deutschland ja aufhalten darf, ohne dass ich mich anmelden muss. Das war der springen Punkt für diese drei Monate. Und da, wenn wir geboren, mit der Schuldpflicht, da greift auch keine Schulpflicht, weil wir waren ja nicht gemeldet, auch wenn wir mal kurzfristig nie waren. Also die Schulpflicht, die ist davon abhängig, wo das Kind gemeldet ist. Genau. Ja, also wenn das Kind in Hamburg gemeldet ist, geht es natürlich in Hamburg zur Schule, wenn es in München gemeldet ist, in München, und wenn es in Österreich gemeldet gewesen wäre. Okay, aber gibt es irgendwie was, zum Beispiel, dass, wenn das Kind ein deutscher Staatsbürger ist, aber nirgends wohnhaft ist, dass dann das deutsche Gesetz anzuwenden ist und das Kind automatisch die Schulpflicht dann gibt? Nein, das gibt es nicht. Das gibt es keine. Das auch nicht. Das heißt, du hast Teile des Sorgerechts verloren mit der Begründung, du würdest wohl deines Kindes verletzen, weil du es nicht zur Schule schickst, obwohl hier gar nicht mehr in Deutschland wohnhaft war und das deutsche Gericht gar nicht für euch zuständig war. Ja, und das ist nur ein Teil gewesen, da waren dann plötzlich nicht mehr Anteile, von denen ich gar nichts wusste und wurden mir erst dann sozusagen offenbart, Anteile, meinst du Vorwürfe, die das Gericht gemacht hat? Vorwürfe, ja, da war ja noch viel mehr dran gehangen, von denen ich gar nichts wusste. Was war da noch drin? Ich habe ja zwischendrin immer Schulen gesucht, hier für mein Kind und diese Schulen haben sich anscheinend auch an das Jugendamt gewandt. Das ist das, was ich jetzt weiß. Sie haben auch gesagt, mit dem Kind stimme irgendwas nicht, die Frau ist komisch, so ziemlich komische Ansichten, nur weil sie mit dem Kind nicht zurecht kam und das Kind das denen offenbar gespiegelt und gezeigt hat. Das wollten sie halt nicht hören und dann habe ich halt das gesagt, was meine Meinung war, das wollten sie auch nicht hören und dann haben sie uns rausgeschmissen, sozusagen. Also wir wurden auch entfernt von den Schulen. Wollten das alles nicht. Sie wollten mir auch nicht zuhören, was ich dazu sagen kann, wie ich die Dinge sehe. Es gab da keine Grundlagen für die Diskussion und Möglichkeiten zu öffnen, auch in den Schulen nicht. Und heute weiß ich, dass die auch sich ans Jugendamt gewandt haben. Also es sind schon einige Leute gewesen, die entschreien. War das hauptsächlich, weil die einen übereinstimmenden Eindruck von deiner Tochter hatten, dass die gesagt haben, die sei verwahrlost oder die hätte Umgangsprobleme im Umgang mit Menschen? Ja, also die Sache ist die, dass mein Kind ja ein Spektrum hat eines Autismus und ich persönlich wusste das aber gar nicht. Das hat sich erst jetzt rauskristallisiert, sozusagen, weil die so ein Terz da oben gemacht haben. Für mich war mein Kind immer okay und gerade das freie Lernen hat sie dazu gefällt, jetzt diesen Autismus in etwas anderes zu verwandeln, nämlich in Kuchen. Und das hat anscheinend so den Leuten irgendwie nicht so gepasst, dass das so verlief, diese Entwicklung, von der ich ja das auch gar nicht wusste. Und gut, sie hat sich halt anders verhalten als andere Kinder, aber für mich war das okay. Sie hat halt einfach ihre Zeit gehabt, sie hat halt Zeit gebraucht und autistische Kinder brauchen, die sind nicht so, dass sie sofort spontan sich öffnen und mit ihnen reden, sondern sie halten sich sehr zu. Zum Beispiel. Und deine Tochter, die ist ja jetzt in der Schule, nehme ich an. Ja, sie wurde in die Schule gezwungen. In einer staatlichen Schule. Ja, wirklich. Und ist sie gut in der Schule? Geht es ihr gut dort? Also, ich darf ja nicht mit ihr sprechen, deswegen kann ich dazu jetzt Also du siehst auch keine Schulzeugnisse, du weißt es gar nicht? Nein, ich weiß gar nicht. Okay. Also was ich weiß, ist, was mir mitgeteilt wurde am Anfang, ist, dass halt eben auch diese Schule nicht mit ihr zurecht kam, was für mich ganz logisch ist nach neun Jahren Beileinertum. Und deshalb frage ich. Das Gehirn lernt vollständig anders, also diese Gehirne sind anders, sind offen und freiländer, sind freie Geister und lernen ganz anders. Es ist klar, dass sie sich schwer tut, da erstens mal so still zu sitzen in der Schule, das ist ganz schwierig für sie natürlich. Und sie wollten sie in eine Förderschule tun, weil sie mit ihr nicht zurecht kam. Also sie ist hochbegabt und sie wollten sie in eine Förderschule tun. Und dann haben sie doch noch gesagt, naja gut, dann ziehen wir sie ja mit so ungefähr. Aber sie ist halt immer, damals wusste ich noch, dass sie eher bei den Schlechteren ist. Und das wurde auch wieder alles auf mich genommen. Also ich hätte Schuld daran, dass es Kind jetzt so schlecht in der Schule ist. Da können wir wieder erkennen, dass die Mutter schlecht ist. Und das haben sie damals, nachdem das Kind in Okut genommen wurde, am 13.7. am Gerichtstermin, ohne mein Wissen und ohne das Wissen des Kindes, bin ich dann sofort am nächsten Tag zum Urlandesgericht gegangen, hab dort 70 Seiten abgeliefert. und dann kam nach zwei Wochen, das war so, da war sie dann zwei Wochen quasi schon in der Schule, sie wurde ins Kinderheim getan, ich wusste nicht, wo sie war. Sie haben sie vier Tage nach der Wegnahme von mir einfach in eine normale Schule gesteckt, wo das Kinderheim ist. Dann waren die Schulferien, gingen nach zwei Wochen an und die Kinder, die ganz normalen Schulkinder bekamen halt ihre Schulabschlusszeugnisse, Jahresabschlusszeugnisse. Dann hat mir das Oberlandesgericht ein Schul- Grundschulzeugnis meiner Tochter gesendet, worauf natürlich irgendwie nicht viel stand, sie war ja noch nie in der Schule, sie war auch zwei Wochen nach dieser Traumatisierung in der Schule und da stand natürlich kaum was drauf und das haben sie dann als Beweis mitgenommen, dass ich Kindeswünge gingen kann. Dieses Zeugnis zeigt ganz deutlich, dass ich was falsch habe. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Das heißt, ihr wart ja noch in Österreich und dann wurde deine Tochter, wann war das nochmal, wann wurde die in Obhut genommen? Also am 6.6.2017 wurde sie durch das Sorgerecht gezogen, am 13.7. sind weggenommen. Okay, quasi ein bisschen über einen Monat später, aber ihr wart auch in Österreich, haben die dann in Österreich die Tochter weggenommen oder wie haben die das gemacht? Ja, zweimal weggenommen. Zweimal traurig zu sehen. Das heißt, die deutsche Polizei kam nach Österreich oder die österreichische Polizei hat Amtshilfe gemacht? Nein, das war sehr trickreich. Ich sollte dann also, ich habe dann gesehen, was mir vorgebrochen wurde und da spielte er auch noch ganz stark hinein, dass plötzlich der Vater ins Spiel kam, von dem ich nichts wusste, der hat sich ja neun Jahre nicht gemeldet, hat sich nicht gekümmert um das Kind und plötzlich kam ein Riesenbrief, dass der Vater über uns erzählt, also der kannte das Kind ja so gut wie gar nicht, auch nicht wirklich, er war ja nicht da und hat sich auch gegen uns ausgesprochen und hat sehr viele Sachen erzählt, die nicht der Wahrheit entsprachen, weil er hat das Kind auch nicht verstanden, kann er ja auch irgendwie nicht und wenn dann ein Kind noch autistisch ist und hochbegabt, dann ist es so schwierig wenn der Vater nicht anwesend ist und hat aber den haben sie ins Boot geholt, der hat plötzlich den Antrag auf Sorgerecht gestellt das haben die alles das war eine Inszenierung das sollte so sein dass da noch eine Person mit ins Spiel kommt die auch schlecht über mich redet die schlecht über mein Kind redet so wurde mir auch noch Verwahrlosung vorgeworfen wobei mir dann auch dieser Anteil des Sorgerechts verwehrt wurde aufgrund dessen auf den Aussagen des Vaters das war noch erschwerend hinzugekommen von dem wusste ich ja alles nichts das habe ich ja erst diesen Brief gesehen und ich war ja nicht da und dann sollte ich ich habe mir dann immer möglich gesucht der schnell meinen Briefkasten damit ich irgendwie informiert werde weil die selber haben es mir nicht geschickt und ich habe darum gebeten und gesagt bitte send mir die Sachen bei E-Mail dann kriege ich das viel schneller so für die warst du ja wohnhaft in München das war deine gerichtsbekannte Adresse du hast ja ans Gericht schreiben können dass du in Österreich wohnhaft bist dass sie es an die Adresse schicken sondern hast ja auch eine Meldebestätigung aus Österreich dann beilegen können ja ich wusste ja noch nicht ob ich da bleibe das war ja wir waren eben auf der Suche auch okay wo können wir auch dann in Zukunft wohnen weil wir ja klar waren wir können da dauer nicht bleiben und dann war die in Österreich und wie hat dann diese Obhutnahme wie ist die abgelaufen also ich habe dann alles gemacht was das Jugendamt von mir wollte und das Gericht ich habe dann auch als erstes einen Antrag auf Anhörung gestellt damit das geklärt wird und den haben sie mir dann gegeben das war der 13. 2017 das war dann die Anhörung und haben wenig gebeten und dann dachte ich okay klar dann kann ich dann alles aufgehen dachte ich zumindest und dann habe ich mich mit der Ergenzungsplägerin kontaktiert das wollte ich auch und dann gab es eine sogenannte Verfahrensbeiständin die Rechtsanwältin meines Kindes wie ich jetzt weiß das fand ich auch eine gute Sache erstmal weil ich denke das ist aber cool da kümmert sich extra jemand uns kind also ich fand das gut zu dem Zeit Punkt und hab den auch gefragt was die so macht und es gut ist es hieß ja sie stellt mein Kind bei und setzt sich für das Kind ein und war ich schon geruhigt irgendwie auch erstmal und ich habe dann mit dieser Ergenzungspflegerin gesprochen und habe wieder gesagt was bitte geht denn hier ab ich weiß nicht was das Ganze jetzt ist und warum ich jetzt kein Sorgerecht mehr haben sollte ich verstehe das alles nicht klären Sie bitte auf ja das Gericht hat es beschlossen und fertig ja wie und fertig können Sie mir nicht helfen ich brauche doch jetzt Hilfe Sie sind doch da um mir zu helfen habe ich gesagt ich erkläre das jetzt nochmal so und so ja das will ich jetzt gar nicht wissen das muss ich auch nicht wissen dann sage ich aber Sie werfen mir doch Dinge vor die so gar nicht stimmen das ist doch alles behauptet Sie kennen doch mein Kind noch nicht mal ich weiß gar nicht wer Sie sind und Sie können jetzt über mein Kind bestimmen es geht doch irgendwie so nicht Sie kennen doch meine Tochter gar nicht Sie müssen sich doch selbst ein Bild machen habe ich gesagt bitte machen Sie sich ein Bild bitte ich bitte Sie darum ich komme überall hin kommen Sie hierher ich weiß es nicht ich darf ich weiß ja gar nicht was ich machen soll weil ich darf mich an dem hin bewegen ich war ja gezwungen da an Ort und Stelle zu bleiben weil wenn ich mich bewegt hätte ich einen Fehler gemacht ich darf mich nicht bewegen mit dem Kind also ich nein Sie müssen doch erst mal sich selber davon überzeugen ich kann Ihnen gerne mein Kind vorstellen kein Problem ich komme überall hin wo Sie wollen Sie was brauchen Sie was muss ich tun und dann hat ich doch ich möchte das jetzt aber weil so geht es ja nicht sie können wir doch nicht einfach ein Sorgerecht entziehen um mich ohne mich zu kennen ohne zu befragen das geht doch nicht wo sind wir denn hier und dann war sie ja doch verdutzt dass ich einfach so vehement war und gesagt bitte überzeugen Sie sich selbst ich mache alles was Sie wollen Sie können uns über Skype unterhalten Sie können sich mit meinem Kind über Skypen behalten Sie können Sie herkommen schauen Sie wo wir sind schauen Sie mein Kind an unterhalten Sie das war damals die Frau Evi Volkart die Ergänzungsfehlerinnen des Jugendamtes im Team diesmal aber nicht mit am gleichen Sozialbürger aus sondern das war woanders mit Frau Evi Volkart und dann habe ich gesagt ich bitte Sie ich hole jetzt mein Kind und sprechen Sie ich bitte Sie unterhalten Sie sich selbst mit ihr stellen Sie alle Fragen die Sie möchten das war es an diesem Gerichtstermin wo die Verhandlung war das war erst mal per Telefon erst mal mit der Frau Kontakt aufgenommen das war noch aber die Ergänzungspflegerin die kann ja da auch nichts machen ja klar die kann einen Eindruck gewinnen aber die kann ja dann nicht vor Gericht einen Antrag machen das kann die Verfahrensbeistände also dann bist du also nehme ich an nach Deutschland zu diesem Gerichtstermin gefahren mit deiner Tochter ja um in der Verhandlung das Ganze zu klären ja um nochmal kurz das zu Ende zu erzählen sie ließ sich überreden mit meiner Tochter zu sprechen aber sie hat gar nichts gefragt sie hat nur die Sachen gefragt wie sie von mir wusste dass sie gerne mit Tieren zusammen ist dass sie gerne in der Natur ist was sie gerne macht die Lea hat gesagt ja mache ich gerne sonst noch was das war das ganze Gespräch mit meinem Kind so ok und dann ging es so weiter dass sie wissen wollte ob ich zu dem Termin komme natürlich komme ich zu dem Termin wieso nicht dafür habe ich ihn ja ich habe ja auch darum gebeten ist ja auch mein gutes recht ich muss ja mal was sagen können meine Meinung dazu äußern wie ich zu stehen bis jetzt hat mich ja keiner gefragt das ist ja alles nur behauptet und ich bin nicht gehört worden ja gut das wollte ich nur wissen ja sie werden weiterhin bescheid bekommen von uns wie es weitergeht sage ich ok was mache ich jetzt ja sie kommen dann zum 13.7 oder ich melde mich auch wieder bei dann warte ich jetzt oder was ich darf das Kind nicht bewegen sehe ich das richtig ok ja und wie mache ich das dann hier ich muss mich ja dann hier melden wenn ich länger als drei Tage bin nichts gesagt aufgelegt also in Deutschland melden ich hätte mich ja in Österreich anmelden müssen das war ja auch total verzwickt ich stand ja mit und dachte ich ja wo soll ich mich denn melden ich darf mich nicht bewegen ich darf nicht aus Österreich wegfahren aber ich darf mich auch nicht anmelden ja jetzt bin in der Grauzone dann kriege ich Ärger mit Österreich wieso durst du aus Österreich nicht wegfahren ich darf ja das geht nicht bewegen laut Deutsch nicht hat er verboten auf ein Halsbestimmungsort das klingt zu bestimmen ich durfte hier achso ne mit dem wenn dir das ABR entzogen ist darf ich dir nicht bewegen die Ergänzungspflegerin kann ja dann sagen ist okay wenn die Tochter bei ihnen ist ja aber solange die nichts sagt kannst du mit deiner Tochter hingehen nichts machen du willst eigentlich ich war unbeweglich weil ich habe mich an diesen Beschluss gehalten ich wollte ja nicht gegen diesen Beschluss verspüßen erstmal okay und dann bist du also nach Deutschland gefahren zu dem Termin nein vorher sind noch andere Dinge passiert der Richter könntest du die bitte kurz zusammenfassen weil wir haben jetzt eine Stunde schon geredet über den Fortlauf also jetzt wäre es gut wenn du bei den fünf Minuten das mal erzählen könntest wie das alles abgelaufen ist damit wir dann vielleicht noch uns die Aspekte einzeln anschauen ja wie gesagt es wurde dann eben sehr viel alles auf einmal ich bekam vier Anrufe von dem Herrn Richter Meizner aus München der diesen Beschluss gepasst hat ich war sehr froh auch dachte ich wieder das ist ja toll dass der mich anruft falsch gedacht er wollte einfach nur wissen ob ich tatsächlich jetzt kann ich mit ihnen sprechen oder dann sagt er nein ich will nur wissen ob sie tatsächlich kommen dann sage ich ja aber können sie mir es nicht helfen sie rufen mich doch jetzt an warum rufen sie mich dann an ich verstehe das alles nicht dann kann ich doch jetzt mit ihnen sprechen das ist doch super dann können wir das jetzt gleich klären nee dann sage ich ja warum soll ich mich denn anrufen ich will nur wissen ob sie kommen dann sage ich ja hab doch schon gesagt ja natürlich warum sollte ich nicht kommen ich verstehe ihre frage er darf sich mit dir ja auch nicht über die Sache unterhalten er muss ja als richter und parteisch bleiben ja okay ich wollte nur wissen ja warum rufen sie mich denn an ich verstehe das alles nicht ja wollte nur wissen ob ich auf jeden Fall komme sage ich natürlich komme ich ja klar das ist doch eine Chance für mich ich muss doch das auch gehen ja gut des weiteren müssen sie sich mit der Ergänzungspflegerin Frau Volker weiter okay das war kurze Zeit darauf das ging alles innerhalb von einer Woche dann am Freitag des selben Tages also Mittwoch hat der Richter zum letzten Mal gesprochen am Freitag der selben Woche 23.06.2017 klingelt es an der Tür die Polizei die österreichische Polizei steht vor der Tür zwei Personen die sagen ja wohnt hier eine Frau Fischer ich sage ja das bin ich was kann ich für sie tun ja das deutsche Jugendamt hat sich gemeldet wir mussten die was überprüfen das deutsche Jugendamt behauptet das Kind ist wohl gefährdet und wir mussten das überprüfen und mit ihnen sprechen und auch das Kind gehen sage ich ja alles gut kommen Sie rein zum Thema ich hole das Kind ja erzählen Sie mal was passiert ist habe ich alles erzählt dann haben die gesagt ja alles in Ordnung also Sie sind okay die haben das Kind angeschaut ja glückliches Kind weder verwahrlost noch sonst immer ist alles okay prima hätten wir das endlich geklärt dass das jemand ausspricht und gesehen hat ich bin sehr froh dann dachte ich jetzt haben wir das jetzt dann wäre das jetzt gut so zu weil die Polizei hat gesagt alles in Ordnung in Österreich können Sie hier machen was Sie wollen müssen Sie sich dann einfach nur anmelden und so ähm sag ich okay dann sind Sie wieder gegangen dann war Wochenende Montag 26.6 stehen Sie wieder vor der Tür haben sich tausendmal bei mir entschuldigt Sie waren wirklich sehr freundlich und ich sage mir so leid jetzt ist was Neues in Kraft getreten sag ich was denn ja wir haben hier ein Papier für Sie das ist ein Festnahmebeschluss dann sage ich was für ein Festnahmebeschluss ja wir müssen ihre Tochter festnehmen dann habe ich gesagt also hat sie was Kriminelles gemacht oder festnehmen muss man doch Kriminelle oder wie ich verstehe das nicht können Sie mir das bitte erklären ja es ist was passiert und zwar die Ergänzungspflegerin in Deutschland hat ist zur Polizei gegangen und hat ein wie heißt das nochmal das wird mir das Wort nicht ein muss ich mir helfen vermissten wie heißt das hat meine Tochter als vermisst gemeldet sie ging zur Polizei obwohl sie ja genau wusste dass ich in Österreich bin und sie hat ja die Polizei zu mir geschickt die wussten also wo ich war wie kann sie ein Kind als vermisst melden und behaupten das Kind ist vermisst und keiner weiß wo es ist und ich sage wie soll denn das gehen sie waren doch schon da und sie haben doch Bescheid gegeben die Polizisten haben mir am Freitag vorher gesagt okay wir geben Bescheid und das ist dann alles okay ich sage prima sagen Sie das Bescheid und wartet und so naja und dann kam diese Sache dass meine Tochter als vermisst gehalten und dann sind sie sie sagen sie sind jetzt leider gezwungen und jetzt wird sich die Jugendhilfe so heißt das Jugendamt in Österreich einschalten die kommen dann auch noch ich habe dann es war morgens um neun ich habe dann gesagt Moment bitte war es langsam ich spreche mit dem Rechtsanwalt jetzt bitte warten Sie wir haben dann einen Tag lang versucht tatsächlich die Jugendhilfe in Österreich auch hat versucht uns zu helfen wirklich die Polizisten waren einen ganzen Tag lang da sie haben alles getan sie haben gesagt Jugendhilfe hat gesagt sie waren wirklich nett denen weil sowas haben sie noch nicht erlebt das ist ja fürchterlich die wollen in Deutschland dass wir das Kind in Urkunft nehmen dass sie nicht wissen wo das Kind jetzt hinkommt und sie hat gesagt das machen wir nicht wir weigern uns das machen wir nicht mit das müssen die dort verantworten aber wir nicht das ist das Schlimmste was man einem Kind antun kann das machen wir aber wir sind gezwungen irgendwas zu tun wir sind leider jetzt gezwungen und wir sind geschlossen der wir haben Anträge gestellt beim Richter der Rechtsanwalt hat mit dem Richter zu helfen der hat alles abgelehnt schlichtweg einfach und alles abgelehnt den ganzen Tag ich habe versucht alle ans Telefon zu kriegen keiner war für mich zu sprechen die Verfahrensbeistellung habe ich kurz ans Telefon bekommen sie hat ich habe gesagt bitte helfen sie mir was ist hier los ich weiß überhaupt nicht was hier los ist hier steht die Polizei ja ich kann ihnen nicht helfen ich sage ich Moment sie müssen doch meinem Kind helfen sie sind doch sie hat dazu beigetragen dass das Kind weg ist das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt weil ich dachte sie hilft meinem Kind aber sie hat dazu beigetragen sie hat auch befürwortet ohne dass sie mein Kind jemals gesehen hätte oder nicht dann haben sie gesagt okay wir haben jetzt leider keine Möglichkeit mehr es war sehr drastisch dann weil mein Kind hat das natürlich alles mitbekommen der Freiländerhof alles war in Aufruhr klar Polizei meine Tochter hat sich geweigert mitzukommen sie ist davon gelaufen das war keine schöne Sache ich habe ihr versprochen hoch und teilig alles ist gut ich hole sie wieder ab ich werde alles tun damit das aufgeklärt wird sie kann ihnen vertrauen das wird alles nicht so bleiben nur ich habe gesagt okay bitte geh jetzt mit weil sonst ja werden sie sich hier abschleppen und dir vielleicht wehtun das möchte ich nicht und sie hätten auch Gewalt angewandt also der Richter hat das angeordnet der Richter hat angeordnet wenn sie sich weigert oder wenn ich mich weigere muss Gewalt angewandt das wollte ich natürlich mein Kind die haben das so abgemeldet dass sie in eine Pflegefamilie gekommen ist und ich durfte jeden Tag hinfahren wir durften uns jeden Tag sehen ich durfte mit ihr spielen es war dort sehr schön ich durfte auch mit der Frau sprechen sie durfte mich jederzeit anrufen das ist okay für sie ich habe gesagt okay Mama mache ich zwei Tage später kommt plötzlich die Aufforderung ja Frau Fischer wir haben ja jetzt gehört sie haben sich gut geführt habe ich gut geführt in Bezug darauf ich hätte mich wohl verhalten dass ich nicht dagegen gearbeitet habe absolut konstruktiv war und deswegen würden sie mir gestatten dass ich mit meinem Kind nach Deutschland fahre das heißt okay das heißt ich bekomme mein Kind und dann ist es gut oder wie? ja nur unter der Prämisse wenn sie sich am 3.7. bei uns melden unbedingt mit dem Kind und dann auf jeden Fall am 13.7. geschehen dann habe ich Rücksprache gehalten mit dem Rechtsanwalt der Rechtsanwalt hat gesagt nur unter einer Prämisse dass ich schriftlich bekomme dass wenn ich nach Deutschland komme mein Kind nicht weggenommen wird sonst sollte ich nicht fahren das habe ich gesagt zu der Frau Volpert die Frau Volpert hat mir das schriftlich gegeben dass das Kind bis zum 13.7. nicht weggenommen wird dann bin ich gefahren sie haben mir das Kind gegeben sie haben mich zum Bahnhof gebracht ich bin nach Hause gefahren bin am 3.7. dort erschienen vor dem Jugendamt mit meinem Kind dort haben sie schon das Kind ich bin zum ersten Mal von mir getrennt und ich sag was passiert jetzt hier ja wir wollen nur mit dem Kind sprechen das kriegen sie gleich wieder wir wollen mit ihnen sprechen und die anderen sprechen mit meinem Kind sag ich ok war auch gruselig meine Tochter wollte natürlich nicht sie war natürlich verängstigt das war eine Masse von Leuten die da plötzlich vor uns stand ich kannte die Menschen alle nicht ich weiß nicht wie viele waren mindestens fünf, sechs und sie hatte natürlich Angst und nur weil ich gesagt habe du kannst mitgehen ist alles ok sie ist mitgegangen sie hat sich gefürchtet sie hat sich natürlich verstanden gut dann haben sie sie wiederbekommen dann wollten sie in der Besprechung dass ich sage dass mein Kind ab sofort in die Schule geht ich habe gesagt nein natürlich nicht stellen sie sich das vor es kommt jetzt eine Gerichtsverhandlung ich werde da Stellung beziehen und ich werde jetzt hier auch nichts unterschreiben und gar nichts nein natürlich nicht dafür ist sie die Gerichtsverhandlung dann das muss erstmal alles geklärt werden das hat ihnen nicht gepasst dann haben sie mein Kind wiedergegeben dann sind wir nach Hause gegangen 13.07. Gerichtstermin mein Kind wohl in der Zwischenzeit bekam ich noch eine neue Anordnung des Gerichts mein Kind sollte 15 Minuten vor der Verhandlung angehört werden mit dem Richter und der Verfahrensbeistaltung der Verfahrensbeistaltung vorher hat drei Tage vor dem Gerichtstermin hat diese Verfahrensbeistaltung ganz kurz mein Kind mal getroffen für 45 Minuten dann hat sie wohl einen ebenso schlechten Bericht ans Gericht geschrieben den ich auch erst vor Gericht gemacht habe und mich ganz kurz mal am Telefon gesprochen sonst nicht mit dem Vater hat sie sich mehrmals getroffen hat viereinhalb Seiten über ihn wo sie dieses Geschehen über mich eine eineinhalb Seiten nur schlechten ist dann sind wir dort hingegangen meine Tochter wollte nicht sie hat sich gewehrt mit Händen und Fischen sie hat gereinnt geschrien sie hat gesagt Mama wir dürfen dort nicht hingehen das ist nicht gut für uns das ist überhaupt nicht gut ich habe ihr gesagt keine Angst haben ich bin da ich stehe auch da 15 Minuten sprichst du nur mit dem Richter und dann hole ich dich dann wieder ab kein Problem der Richter der weiß das besser als alle anderen deswegen ist er Richter habe ich mein Kind noch erzählt aber sie war steif und fest davon er war auch nicht abzudringen und hat gesagt das kann ich das ist nicht gut na gut ich dachte ich bin im Recht und kann dort sprechen dann gehen wir dahin sie geht rein ich gehe in den Wartebereich zurück fünf Minuten später werde ich geholt es sind eine Menge von Menschen da wo ich mich schon runter wo ich sage was ist denn hier los ich finde es komisch ich kenne doch die Leute alle gar nicht das ist nicht öffentlich was sind das für Menschen warum ich bisher so Menschen auflaube ja keine Ahnung gut dann habe ich gesagt alles gut dann warte ich hier dann sind die Menschen alle weg dann werde ich gerufen keiner ist mehr zu sehen und dann denke ich wo sind die jetzt denn die alle ich verstehe überhaupt nicht das finde ich jetzt komisch alles komisch ich verstehe gar nicht warum jetzt keiner mehr da ist auch keiner der bei mir ist oder was weiß ich dann denke ich ja ok ich gehe jetzt mal rein ich mache die Tür auf und dann suche ich meine Tochter ja dann habe ich mit ihm gepfettet und sie hat natürlich als erstes ja wo ist denn mein Kind keine Antwort keiner guckt mich an alle gucken irgendwo in der Gegend rum und ich ich nochmal wo ist denn mein Kind hallo keine Antwort keiner redet mit mir der Richter kramt irgendwo in seinen Sachen dann bin ich ein bisschen für Autor geworden und habe gesagt kann mir mal jemand sagen wo meine Tochter ist ja ganz logisch ganz klar dann fängt der Richter mit mir an zu sprechen und sagt sie ist jetzt nicht da und sagt ja das sehe ich auch aber wo ist die denn ich weiß nicht ob ich an der Stelle weiter sprechen soll oder ob sie schon reicht ich bitte weiter ok dann sage ich ja wieso ist die nicht hier ja die ist in einem anderen Raum dann sage ich ja und wieso ist die in einem anderen Raum ich verstehe das alles nicht wo ist die denn ja die ist jetzt in einem anderen Raum sage ich ja und wieso ist die in einem anderen Raum können sie mir bitte mal sagen was hier los ist und dann hat mein Anwalt der wusste ja anscheinend schon der hat es schon kapiert ich immer noch nicht das ist irgendwie wie so eine Schranke natürlich du sprichst erstmal gar nicht was los ist und dann hat er gesagt ich muss mich hinsetzen sonst kriege ich nicht raus was hier los ist und sowas werde ich wahrscheinlich gleich abgeführt wie es aussieht wie es jetzt mein Mund nicht halten würde und ich sage ja aber wieso ich weiß gar nicht um was es geht hier hallo ich will einfach zu meinem Kind und dann hat er gesagt nee wir werden es nicht erfahren wenn sie den Richter nicht sprechen müssen und dann hat er kurz erzählt wie die dass er mit dem Kind gesprochen hat und dass das Kind total ängstlich gewesen wäre und aber nichts gesagt hätte und das hätte auch den Eindruck so und so gemacht dass es einfach ein komisches eigenartiges Kind war wie alle gesagt haben und dann das war es dann mehr hat er nicht gesagt und dann kam das Jugendamt sollte dann zu Wort kommen und dann habe ich ja dann kam der Moment wo ich endlich verstanden habe zum ersten Mal was hier abgelaufen ist denn wir haben eine ich weiß nicht wie lange Liste von Vorwürfen gegen mich vorgebracht und das letzte war sie müssten das Kind vor mir schützen weil ich das Leben meines Kindes auf YouTube ausbreiten würde also mein Kind war nie zu sehen in irgendwelchen Videos ich habe einfach nur gesprochen wie das voll funktioniert und deswegen müssten sie natürlich auch das Kind vor mir fernhalten und es sollte drei Monate in die Kinderpsychiatrie eingewiesen werden und dann bin ich natürlich dann war es mir klar in dem Moment in die aufgesprungen ich finde ich ganz logisch nur ich sage was haben sie gemacht und dann war mir klar dann habe ich nur gesagt das war eine Falle hier ich habe das nur gesagt das war ja auch Fakt denn sie haben eine Falle gestellt und dann springt der Richter auf und sagt ich wusste ja schon dass sie sich aufführen Frau Fischer das haben wir uns schon gedacht und sie sind ja psychisch gestört das kann ich jetzt erkennen und deswegen dürfen sie sich jetzt nicht von ihrer Tochter verabschieden und deswegen ist sie auch auch schon weg ich bin psychisch gestört was läuft hier an geht es noch ja das wusste ich schon dass sie sich so aufführen und deswegen dürfen sie sich auch nicht verabschieden weg das war jetzt 2017 im Jahr 13. okay und seitdem ist deine Tochter eben wo lebt die jetzt in einem Kind okay ich würde noch gern so in den kommenden 15 Minuten so ein paar Fakten und auch das mit dem Freilernen mit dir besprechen also erstmal wurde bei deiner Tochter diagnostiziert dass sie autistisch ist nein gibt es bei dir irgendwelche psychiatrischen psychologischen Attestegutachten dass der Richter recht hat und du psychisch krank bist nein das Gegenteil habe ich ja ich habe ärztliche Diagnosen die das Gegenteil behaupten okay da hätte ich einen Kommentar dazu also wenn zum Beispiel wenn dein Partner ja oder dein Kind im Krankenhaus hat irgendeinen Unfall ja und es geschieht was und es wird operiert und dann kommt der Arzt zu dir und sagt leider konnten wir das Kind nicht retten ja und du schlägst dann auf den Arzt rein und sagst sie sind schuld sie sind schuld dann sind die so geschult dass die wissen das ist gerade einfach eine emotionale Überreaktion da sagt keiner sie sind verrückt ich schickste jetzt in die Psychiatrie also dass da ein Familienrichter dann sagt du seist verrückt ja weil du in dem Moment wo du dir klar wird man hat dir deine Tochter weggenommen emotional zusammenbrichst oder ausrasselt da hat der Familienrichter keine Ahnung ja da ist ja nicht geschult worden die andere Frage ist mit dem Freilernen also ich sag mal ein bisschen salopp du hast sozusagen getrickst damit du deine Tochter frei unterrichten kannst ja du hast geschaut wie kann ich mich der Schulpflicht in Deutschland entziehen und hast es auf wahrscheinlich legale Art und Weise gemacht ich kenne zum Beispiel die Dagmar Neubronner nicht persönlich aber ich habe mal ein Video mit ihr geschaut und ist eine sehr kluge Frau und die hat ja auch ich glaube zumindest ein Buch geschrieben über das Freilernen hat selber versucht eine Freilernerschule zu etablieren in Deutschland hat sich ja durch die Gerichte durchgekämpft hat es selber auch immer Angst dass hier die Kinder weggenommen werden weil sie die eben nicht an die staatlichen Schulen schicken wollte und in der Art und Weise und ich muss sagen als liberaler global orientierter Mensch und auch Freidenker ja sage ich jetzt mal so kann ich mich auch einfreunden mit der Idee der Freilerner meine eigenen Kinder sind alle auf normalen Schulen ja und die kommen damit gut zurecht das würde ich genauso schädigen wie mich also ich sag mal normal schädigen ja ich sehe die Vorteile von Freilernen ich habe bei meinen Kindern als sie klein waren Dinge gesehen wo ich sage ja das Freilernerkonzept macht Sinn ja auch so Montessori und so das finde ich alles gute Konzepte also nicht dass du mich falsch verstehst also ich sage Freilerners sind des Teufels und schädigen Kinder nur weil sie Freilerners sind das sehe ich gar nicht so und ich glaube viele wissen auch nicht dass Deutschland eines der wenigen Länder dieser Erde ist das eine Schulpflicht hat das ist nicht die Regel sondern das ist die Ausnahme in den USA in Österreich kannst du deine Kinder auch zu Hause unterrichten dieses Homeschooling und Freilernen ist ja noch eine bestimmte Richtung dann auch sozusagen des Homeschoolings und da scheint es ja so zu sein dass halt deine Ansichten die du vielleicht auch habe ich den Eindruck ein bisschen zu sehr wenn du vielleicht aufgedrängt hast ja wenn du 30 Seiten an eine Behörde schreibst ich denke da war auch viel übers Freilernen drin ja warum das von Vorteil ist da hätten vielleicht zwei Sätze gereicht ja ich teile ihnen hiermit mit dass ich in Deutschland nicht mehr angemeldet bin und nicht gemäß Paragraph so und so Meldegesetz meine Tochter deshalb nicht der Schulpflicht zuzuführen habe ja sowas hätte auch gereicht aber wahrscheinlich waren die da von deinem Mitteilungsbedürfnis deiner Überzeugung und du hast ja auch Online Videos über das Freilernen gemacht hast da positive Reaktionen bekommen und warst da auch wahrscheinlich beseelt davon und fandest es einfach gut weil du gemerkt hast es tut deinem Kind gut und wolltest da dass es dann auch anderen quasi gut geht und andere auch darüber lernen und davon hören auch die Schuldirektorin ja die dann so vehement darauf bestanden hat auf der Schulpflicht du hast gedacht die ist eine Pädagogin die muss sich doch auch für pädagogische Konzepte interessieren dann hat sie nicht ja sie ist im deutschen System der Schulpflicht natürlich treu ergeben als Schuldirektorin muss sie einfach sein und da sind halt dann Welten aufeinander geprallt weil das Jugendamt hat halt seine Vorschriften hat diesen zu folgen und die Schulpflicht ist in Deutschland ein derart heiliges Gut ja das sieht man ja als Errungenschaft dass jedes Kind ein Recht auf Bildung hat dass das Ganze auch Nachteile hat die ja die Freilerner klar benennen ich glaube da können können wir jetzt nicht so tief einsteigen ich glaube es genügt wenn ich sage dass ich mit der Idee sympathisiere und mich auch damit beschäftigt jetzt von meinen eigenen Kinder nicht sagen würde das ist das einzig Gute für die aber ich kann verstehen dass jemand das machen will ja und wie ist es denn jetzt also wie geht es deiner Tochter ähm was ist die Situation und siehst du dass ihr die Situation dass es ihr besser geht seit sie nicht bei dir ist oder geht es ihr schlechter oder hast du überhaupt keine Ahnung hast du überhaupt Umgang mit ihr siehst du sie überhaupt was ist die jetzige Situation jetzt habe ich sie acht Monate nicht mehr gesehen und gesprochen ich habe Verbot gehabt Umgangskontakt Umgangskontaktverbot auch Sprechverbot für Telefon und das besteht nach wie vor ja also du darfst auch keinen Umgang mit ihr haben nein okay und wann endet dieses Umgangsverbot das stellt sich noch aus ich habe jetzt einen Antrag gestellt auf eine genaue Anhörung damit das endlich mal auch per Gerichtsbeschluss festgelegt wird wann und wie oft ich mein Kind sehen darf weil ja in den letzten zweieinhalb Jahren es dauernd so war dass die Ergänzungsspickern und das Heim einfach das machen konnten wie sie wollten es ist doch so dass die Gefahr ist ja gebannt deine Tochter ist ja in der Schule und es hat sich gezeigt dass du also es hat sich doch erwiesen dass du auch nicht psychisch krank bist ja also sie haben ja dann ein Gutachten über mich erstellt nach Aktenlage bin ich psychisch gestört und Erziehungskontrolle von einer Psychiaterin und von einem Psychologen die mich nicht kennen Gutachter die nicht mit dir gesprochen haben sondern nur auf Basis dessen ich habe das Gutachten verweigert und da steht drin hat es mit dem deiner Freilehrer Freilehrer an sich zu tun oder worauf stützen sich denn ihre Erkenntnisse oder Einschätzungen also so wie meine Einstellung praktisch ist und wie meine Vergangenheit gewesen wäre ist gar nichts Konkretes da ist nichts Greifbares sie behaupten einfach der Vater wäre viel besser für das Kind weil der für die Schule ist deswegen haben sie ihm ja auch Grundsblüte geblieben obwohl der Vater sich nie großartig geblieben hat und ich das auch alles gesagt habe dass der Vater das war ihm völlig egal als ich ihn ich habe ihn immer versucht einzubinden aber er wollte ja nicht ich wollte ja dass er Verantwortung übernimmt oder auch mit ihm sprechen über Schule und wie er das sieht und hin und her dass er es gehören ja nur irgendwie zwei dazu meiner Meinung nach und wenn er halt sich verweigert was soll ich denn da machen dann mache ich es halt so wie ich es richtig halte und plötzlich hat er angefangen zu sagen das Kind muss in die Schule das kann nicht lesen, rechnen, schreiben, das könnte das nicht das könnte das nicht, das verhält sich gut da stimmt irgendwas nicht mit dem Kind und dann war natürlich ein Befürworter der Schule und dann war er der bessere Bildung ganz automatisch obwohl er obdachlos ist keine Arbeit hat, seit Jahren keine Wohnung hat und jetzt wird darauf basierend sozusagen wird jetzt gesagt vom Gericht okay, das Kind ist jetzt eh schon entwöhnt von der Mutter sie spricht auch nicht über die Mutter, wenn man sie fragt sie traut sich auch nicht zu sprechen das ist ganz logisch wir dürfen ja, auch wenn wir uns gesehen haben mal für zwei Stunden nur unter strengster Kontrolle wenn ich was Falsches sage oder wenn sie was Falsches sagt dann werden wir sofort voneinander getreten ich weiß sie und deswegen ist sehr ängstlich natürlich ihr Verhalten ist natürlich nicht mehr so wie es früher war sie hat Angst um Ende sie traut sich nichts zu sagen und schon gar nicht wenn sie nach der Mutter gefragt wird weil sie ja weiß, dass alle schlecht auf mich zu sprechen sind und sie wurde jetzt dem Richter noch mal vorgeführt letztes Jahr im Mai und da hat der Richter wohl gefragt kannst du mich an mich erinnern? und sie sagt, nein kann sie nicht völlig ausgelendet alles und auf Fragen hin der Mutter hat sie eben nicht reagiert mit Schweigen wollte auch nichts sagen gar nichts und das wurde dann so interpretiert vom Richter eben dass das Kind jetzt sowieso entfremdet ist von mir und kein Interesse an der Mutter hat und das ist jetzt gut so, dass sie kein Säurebrechen hat sie braucht auch kein das hätte jetzt der Vater und dadurch, dass der Vater obdachlos ist muss das Kind natürlich im Heim bleiben so hat das Jugendamt auch hier den Zugriff noch alles gut so, dass sie es ist und mehr Kontakte braucht sie auch nicht zu gewöhnen das Gericht ist der Fall sozusagen erledigt weil das Kind ist in der Schule wurde dem Elternteil weggenommen der es nicht in die staatliche Schule bringen wollte aus Sicht des Gerichts ist die Mutter ja sowieso psychisch defizitär also und das Kind will ja nichts mehr von der Mutter damit hat es sich ja erledigt das Kind ist quasi nicht mehr der schädigenden Mutter ausgesetzt und es ist in der Schule Fall geschlossen wenn das Kind jetzt nicht doch nochmal die Mutter sehen will was wahrscheinlich eher eine geringe Wahrscheinlichkeit hat weil das Heim ja du kannst ja nicht telefonieren du hast gar keinen Kontakt wir wissen ja nicht was im Heim der Tochter erzählt wurde das können ja die typischen Entfremdungstaktiken sein wie es auch Elternteile anwenden damit sie die Kinder bei sich behalten nach einer Scheidung oder Trennung ja genau sie waren also darauf aus also das alles hat gar nicht gestimmt was sie mir gesagt haben ich habe ja meinen YouTube-Panel dann geschlossen und ich habe gar nichts mehr gemacht ich habe meine Öffentlichkeitsarbeit eingestellt ich habe alles getan was sie wollten aber heute weiß ich das war ja Blödsinn also sie wollten sie mir sowieso nicht mehr tun sie haben gar keine sie sehen gar keine Veranlassung im Gegenteil ich habe ja jetzt das Sorge recht endgültig entzogen bekommen bin auch dagegen vorgegangen ans Oberlandesgericht bin ich mir gegangen auch die nächste Richterin wieder das gleiche gesagt jetzt habe ich noch die Möglichkeit würdest du etwas aus heutiger Sicht anders machen? in Bezug auf was? hättest du verhindert dass deine Tochter in Obhut genommen wird? wie hättest du es verhindert? ja ich war anscheinend naiv in Bezug auf unseren Rechtsstaat kann ich nicht anders sagen ich habe gedacht ich hätte Rechte und jetzt weiß ich ja gar nichts ich weiß nicht bis heute hat mich keiner angehört keiner hat mich angehört nur dreifach ich wurde nicht gehört alles wird unterbunden du meinst also du wirst schon wahrscheinlich im rechtlichen Sinne wurde dein Anspruch auf rechtliches Gehör gewahrt du hast dich äußern können aber keinen hat der Inhalt interessiert von dem was du gesagt hast nee ich sage zwei Sätze und dann sagt der Richter das brauchen wir jetzt nicht hier was sie dir erzählt in der Vergangenheit das brauchen wir jetzt nicht und du warst da mit Anwalt drin als der Richter das gesagt hat ja da hätte der Anwalt eigentlich darauf bestehen können dass du weiterreden darfst weil du hast den Anspruch auf rechtliches Gehör und dann war ich eben dann habe ich auch eingesehen dass das mit dem Rechtsanwalt mich eben wurde dann würde ich angefangen selber zu also würdest du heute wenn du wüsstest wie knallhart da vorgegangen wird und mit welchen Tricks würdest du heute ganz weit weg fliegen ans andere Ende der Welt würdest du deine Tochter dann lieber in die Schule gehen nein kein Fall nein nein ich es ist ja auch tatsächlich mein Beruf ich bin ja tatsächlich Persönlichkeitsdrehen seit 25 Jahren der Witz ist ja bis ich Persönlichkeitsgestört sein soll seit elf Jahren habe ich mich auch ganz speziell in Familien also ich war voll involviert in der gesamten Geschichte weil immer mehr Menschen zu mir gekommen sind die mit ihren Kindern Schulprobleme hatten so ist das auch irgendwie auch alles aufgekommen und entstanden und ich habe jetzt da einfach ganz neue Erfahrungen machen dürfen über die ich sehr froh und dankbar bin und so kann ich auch vielen Menschen weiterhelfen du machst ja auch Kurse was sind das für Kurse die du anbietest ja Elterntrainings Elterncoaching genau so was ist wenn das Kind praktisch ja sich anders verhält als andere Kinder was verbirgt sich dahinter was versteckt sich dahinter und was geht es da gibt es da was im Umfeld zu tun ist es irgendwelchen Ängsten Druck ausgesetzt ich kann nicht darüber sprechen kann sich praktisch nur über ja viel Getöse äußern sozusagen mit Geduld oder mit Aggressionen das kann alles ganz schnell angeschaut was ich da sehe ist dass du als Mutter heute im Nachhinein sagst deine Tochter hat Autismus ja dir ist das gar nicht so aufgefallen ja weil für dich ähm sozusagen was wo ein Richter sagt ja das Kind ist ein seltsames Kind ja da sagst du ja das ist einfach so wie es ist und nimmst es so an und kannst deshalb auch als Persönlichkeitstrainer auch mit Kindern gut arbeiten weil in Anführungsstrichen seltsame Kinder von dir angenommen werden wie sie sind das ist dann auch wahrscheinlich Teil deiner Freilerner Philosophie und Lebenssicht und da bist du dann halt knallhart sage ich mal gegen die Wand gefahren was Ansichten von Jugendämmern und Familienrichtern angeht die halt erstmal rechtlich gegeben sind Schulpflicht für die und dann haben die euch ja auch sozusagen nicht von der Leine gelassen die haben dann alles gemacht dass das in ihren Augen Richtige geschieht nämlich dass das Kind in die Schule geht in Deutschland ja und ich habe natürlich nicht damit gerechnet dass das eine einzige Intrige war da kommt ja der neun mensch doch eigentlich nicht drauf ich habe dem ganzen System vertraut das war wohl ein Fehler du hast gedacht dass das System so tolerant ist und sich für deine Ansichten interessiert und denkt naja gut die Mutter weiß ja vielleicht was für das Kind gut ist die hat eine andere Vorstellung was für das Kind gut ist achso ja da fällt mir noch ein was sie noch gesagt haben war mir wurde vorgeworfen ich wäre zu eng mit dem Kind zu eng das wäre nicht gut für sich das ist eine immer häufiger kommende Pseudodiagnose dass die vor allem die Mutter-Kind-Beziehung zu eng sei und dass dann Kinder in Obhut genommen werden deshalb ist natürlich dann das andere weil damit schädigt man das Kind ja selbst wenn diese Beziehung zu eng ist ja noch viel mehr man müsste ja dann eigentlich halt der Mutter oder dem Kind beibringen das Kind auch zur Autonomie zu erziehen falls es denn Jesus sei den Obhutnamen ist ja da das falsche Mittel dafür ja also ich würde nichts anders machen und ich habe vorhin gehört dass du gesagt hast ich hätte getrickst und so ich habe nicht getrickst dann hätte ich getrickst ich habe einfach nur das gemacht was ich für mein Kind das Beste hielt das ist mein gutes Recht das steht sogar im Gesetz geschrieben ich habe mein Kind geschützt ich habe alles getan es hat immer nichts gefehlt im Gegenteil und ich habe gesehen wie prächtig sie sich entwickelt hat und wie traurig es ist dass sie ihre Hochbegabung nicht leben darf mit getrickst das war es salopp ausgedrückt die Dagmar Neubrunner sagt in diesem Video das ich angeschaut habe dass die halt auch nach Wegen gesucht hat wie sie in Deutschland ihre Kinder aus der Schulpflicht so raushalten kann dass sie die als Freilerner schulen kann zu Hause oder halt in der Schule die sie aufgebaut hat und da hat sie quasi auch geschaut wie kann ich in dem System da mir diesen Freiraum als Freilerner bauen und hat halt gesehen wie schwer und auch wie ein Risikoreich das ist wie man ja an dir sehen kann und da ist es dann halt so ja Deutschland ist da nach wie vor von seinen Gesetzen so dass die Schulpflicht einfach über allem steht und man da wohl anscheinend wenn man sich anschaut wie es dir und einer Tochter erging irgendwann kein Erbarmen mehr zeigt sondern dann das als derart gefährliche Kindeswohlgefährdung sieht dass halt das Kind dann weggenommen wird ja nur das Ganze basiert nur auf Lügen auf Lügen auf Lügen auf Lügen und Behauptungen ich meine als ich dann sagen wollte passen sie auf sie müssen doch erst mal das Kind anschauen sie müssen mir das doch erst mal nachweisen alles sie müssen mich doch kennenlernen sie müssen doch das Kind vorher anschauen bevor sie es dann wegnehmen das ist ja völlig anders ja das ist ja das ist halt die Grundannahme dass es Kindern gut geht wenn sie in die Schule gehen ja weil sie ein Recht auf Bildung haben und es ihnen schlecht geht wenn sie in Deutschland ist es ja diese quasi diese Schulgebäudepflicht du musst im Schulgebäude sein um Bildung zu genießen das ist ja auch wieder so eine Ansicht wo man sich fragen muss okay ist es eine Kaserne quasi in die die Kinder gehen und uniform unterrichtet werden wobei dann wieder die Frage ist wie tolerant wie demokratisch wie individuell und auch auf wie liberal sind denn dann die Lehrer ja wie wird da unterrichtet und so weiter das ist dann auch wieder die Frage da kann man glaube ich nochmal können wir nochmal 90 Minuten drüber reden ja das sind halt genau diese unterschiedlichen Ansichten du wolltest sagen guck mal ich bin eine Freilernerin und meiner Tochter geht es super damit ein Kind das sich interessiert und automatisch neugierig ist und automatisch neue Sachen entdeckt und automatisch lernen will ich muss ja nichts beibringen sondern sie holt sich sozusagen von selbst das ist ja auch dieser Montessori Gedanke und auf der anderen Seite dann eben die deutschen Behörden und Gerichte die sagen nein dem Kind kann es da nicht gut gehen das muss einfach in die Schule gehen und da sind Welten aufeinander geprallt ja es hat doch mal jemand gesagt ich glaube André Stern war es durch den bin ich ja auch aufmerksam geworden vor eben zehn Jahren hat glaube ich gesagt das fand ich so schön die normalen Schulkinder müssen in einem Schulhaus sitzen und dort lernen was in einem Schulhaus erzählt wird und meine Schule ist die ganze Welt das ist das ist tatsächlich so das habe ich auch gesehen das ist so wunderbar wie heißt der Mann den du gerade zitiert hast André Stern über den bin ich ja auch auf das freie Lernen gekommen genau der hat damals das Video schaut sich interessieren will also André Stern Dagmar Neubreiner das sind so glaube ich die Leute in dem Bereich die da interessant sind und ich helfe jetzt einfach Leuten auch genau ich helfe jetzt einfach Leuten auch die freie Lernen wollen oder die was anderes brauchen zu begleiten durch mein Wissen das ich jetzt habe weiß ich jetzt natürlich was für zu tun ich hoffe dass meine Kinder zumindest die älteste Tochter die bei mir lebt jetzt nicht in Obhut genommen wird weil ich hier nicht ein Gegner der Freilerner bin sondern da durchaus auch gute Aspekte sehe ich hoffe dass du deine Tochter möglichst bald wieder sehen kannst ich glaube wir haben heute erlebt dass vor uns eine Mutter sitzt die sich gut ausdrücken kann normal ausdrücken kann vielleicht ein bisschen extensiv erzählt weil das ist ihr Fall ja ich kann das verstehen man hat dieses Trauma erlebt man möchte es mitteilen möchte anderen erzählen was da passiert vielleicht auch damit sie selber Adlerauge sei wachsam wenn da irgendwas vom Jugendamt kommt sich dann zehnmal fragen ob sie hingehen ob sie da fragen und vielleicht auch nicht wie du selber gesagt hast so naiv dahin gehen und denken dass diese Leute von den Behörden an ihr aufklären und zuhören nein die haben irgendwann ihr Schema und ziehen das dann einfach durch ja das ist das gefährliche du weißt es einfach nicht dass es das gefährlichste ist habe ich auch schon von vielen Gründen die sagen das gleiche hätte ich bloß gewusst dann hätte ich es fängt meistens da an wo man das Jugendamt um Hilfe bittet okay Annette Dankeschön dass du heute zur Verfügung standest deine Erfahrungen leidvollen Erfahrungen mit uns geteilt hast du scheinst auch daraus für dich Positives ziehen zu können ja dass du weiter gibst an andere Menschen auch hier an uns im Video dafür herzlichen Dank an dich danke auch dass du mich eingeladen hast und dass du das machst Annette Dank und ciao Tschüss